Wir haben heute den neuesten IFO-Index zur deutschen Wirtschaft gesehen. Er war nicht berauschend, er war nicht wirklich schlecht. Man sieht so aus, als würde die deutsche Wirtschaft auf sehr niedrigem Niveau stagnieren, kann man sagen. Was ist da los? Was ist in Deutschland los? Was ist an den Märkten los? Und da habe ich zwei wunderbare Gesprächspartner heute. Wir haben schon an der Elbe unseren ersten Auftritt gehabt, wo wir damals die US-Arbeitsmarktdaten kommentiert haben. Ich begrüße daher das wunderbare Dreiergespann. Zunächst mal den Dr. Jörg Rahn. Jörg, servus. Moin, aus Hamburg. Aus Hamburg, wie ich auch. Und wir haben einen Frankfurter, der also weiter südlich sitzt. Das ist der unverwechselbare, einzigartige Rüdiger Born. Servus, Rüdiger. Hallo, ihr beiden. Und hallo, allerseits, ihr da draußen. Ja, wir wollen uns mal kurz unterhalten über den Stand der Dinge in der Wirtschaft, wie auch an den Märkten. Wir haben den IFO-Index gesehen. Ziemlich im Rahmen der Erwartungen sogar einen Ticken besser. Aber Fakt ist, wir sind jetzt den fünften Monat in Folge rückläufig. Wohlrabe vom IFO-Institut, hat es dann noch gesagt. Also die Exporterwartungen der Unternehmen haben sich weiter eingetrübt. Kein gutes Zeichen für die Zukunft aus meiner Sicht. Jörg, wie siehst du die aktuelle Lage, die sich im IFO widerspiegelt? Was ist dein Ansatz an die Daten heute? Ja, man muss es vielleicht ein bisschen im Detail betrachten. Da gibt es doch gewisse Unterschiede in den vier einzelnen Hauptkategorien, was die Industrie anbelangt. Schauen wir uns zum ersten Mal das Verarbeitengewerbe an. Da stagniert es, beziehungsweise geht es wieder leicht nach oben auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Das ist für mich ein Indikator, dass da das Schlimmste vielleicht überstanden ist, dass da Hoffnung besteht, dass die Auftragseingänge irgendwann dann doch wieder kommen, weil die Lager leergeräumt sind. Das ist also ein kleiner Hoffnungsschimmer, der sich darstellt. Anders sieht es aus, insbesondere im Bauhauptgewerbe. Das geht weiter tief bergab. Wir wissen, die steigenden Zinsen sind ein Riesenproblem. Das hat auch schon zu Insolvenzen geführt bei den Projektentwicklern. Hier geht es weiter bergab. Hier wird sich noch einiges an negativen Nachrichten in den nächsten Monaten zeigen. Das sieht ähnlich nicht so gut aus im Dienstleistungssektor. Der war ja bisher noch die treibende Kraft der Wirtschaft. Der hat noch alles im Gang gehalten. Da geht es aber jetzt auch langsam runter. Das Geld geht den Verbrauchern aus. Das heißt, hier ist es so, dass irgendwann dann eben doch auch da Probleme auftreten werden. Insofern ein gemischtes Bild. Nicht so ganz eindeutig. Aber die deutsche Wirtschaft ist nach wie vor ein Problem. Wir werden eher eine Rezession haben, in der Rezession bleiben. Auch im Blick auf das dritte Quartal. Das wird wahrscheinlich rückläufig sein. Und das vierte Quartal. Die Vorzeichen sind auch nicht so gut, dass wir hier schon wieder ganz durchstarten werden. Okay, also wir sehen gewisse Stabilisierung. Allerdings, und das hast du gesagt, Jörg, der Dienstleistungssektor ist jetzt im Fokus. Heute haben wir ja auch ein wichtiges Treffen von Kanzler Scholz zu der Lage am Immobilienmarkt. Da geht es ja ganz schön zur Sache. Wir haben ja seit 2014 mehr als eine Verdoppelung der Immobilienpreise. Und jetzt sehen wir diese Immobilienpreise fallen aufgrund der gestiegenen Zinsen. Und man sagt ja, never catch a falling knife. Greife nie in ein fallendes Messer. Also es würde mich erstaunen, wenn dieser Downmove jetzt gestoppt würde. Zumal eben die Notenbanken das Problem haben, dass wir wahrscheinlich in einer stagflationären Situation sind. Das heißt, wir haben kaum mehr Wachstum der Wirtschaft, aber wir haben unglaublich viele Inflationstreiber noch. Das sind vor allem die Löhne, die Preis-Lohn-Spirale. Jetzt kommen so Geschichten wie Gastgewerbe, Anhebung der Mehrwertsteuer ab 1. Januar, Lkw-Mauterhöhung. Auch das wird wieder dann die Preise mit nach oben treiben. Und das ist eine komische Geschichte. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann länger hohe Zinsen sehen, selbst wenn die Wirtschaft absackt. Und das ist doch eigentlich Gift für die Aktienmärkte, eigentlich Gift für den DAX. Rüdiger, wir haben vorhin gesprochen, 15.400 im DAX, die sollte besser halten. Wie schätzt du die Lage ein, auch mit Blick vielleicht auf einzelne Aktien? Ja, tatsächlich ist es gar nicht so unkritisch, was wir jetzt im Moment gerade sehen, dass er bis 15.400 runterkommt. Das war schon, das haben wir ja immer wieder auch mal angesprochen, sehr realistisch. Das dürfte auch noch ein bisschen tiefer gehen, 15.300 und 200 zur Not auch noch. Aber wir sind da auf sehr, sehr dünnem Eis, was das Ganze angeht. Noch haben wir so ein bisschen eine Unterstützungswirkung dort aus der technischen Sicht da. Aber du hast es angesprochen, die einzelnen Titel. Ich habe immer wieder natürlich auch einzelne Aktien bei mir im Blickfeld. Da gab es ganz, ganz tolle Fibonacci-Unterstützung, ganz tolle, ja, Unterstützung oder ehemalige Widerstände, die dann zur Unterstützung werden. Also Angebote für die Marktteilnehmer hier zu drehen. Also wer bisher gesagt hat, ja, das geht halt mal runter, aber was soll das Ganze, das wird dann an der Stelle schon wieder drehen, Pustekuchen. Die Marktteilnehmer haben den Strohhalm hingereicht bekommen, haben aber nicht zugegriffen und das ist kein gutes Zeichen. Denn das wäre eigentlich, par excellence eigentlich der Punkt, wo viele Charttechniker dann sagen, so jetzt lass uns mal wieder die andere Richtung spielen. Bei vielen einzelnen Titeln hat es bisher nicht geklappt. Da hat man eben nicht zugegriffen. Jetzt ist die Frage, ob das beim DAX insgesamt dann anders wird oder ob die Marktteilnehmer da auch sagen, jetzt haben wir es so häufig geübt mit dem Durchfallen, dann machen wir das da auch. Und das wiederum würde ganz andere Türchen oder ganze Tore nach unten wieder eröffnen. Wir haben ja die Situation, dass die Aktienmärkte in der letzten Woche relativ deutlich gefallen sind, vor allem im Gefolge der FED-Sitzung und den Aussagen von Jerome Powell, der aus meiner Sicht etwas sehr Wichtiges gemacht hat. Nicht nur hat die FED signalisiert in diesen sogenannten Dotplots, dass sie die Zinsen lange an oder lange hochhalten will. Also da haben die Marktteilnehmer erst mal mit Veröffentlichung der Statements der FED gesagt, naja gut, lass die reden. Aber als dann Powell sagte, ja, also egal was kommt, selbst wenn wir irgendwann die Zinsen senken, wir werden weiter die Bilanz reduzieren. Und das entzieht den Aktienmärkten dann die Liquidität. Also das ist vielleicht das, was so ein bisschen an dieses Autopilot-Thema 2018, Dezember 2018, hatte Jerome Powell in Sachen Bilanzreduzierung, die sei auf Autopilot, damals die Aktienmärkte 20 Prozent dann eingebrochen. Und dann hat er im Januar, nämlich Jerome Powell, Anfang Januar, also kurz danach, nach diesem Einbruch gesagt, war alles nicht so gemeint, jetzt drehe ich das wieder zurück. Aber damals war die Inflation kein Problem, jetzt ist die Inflation ein Problem. Jörg, wie siehst du die Entwicklung dieses Zusammenspiels zwischen steigenden Renditen, auf der einen Seite starken Dollar und auf der anderen Seite den Aktienmärkten in den USA, wo ja vor allem die großen Tech-Werte nach wie vor sehr luftige Bewertungen haben. Siehst du darin Potenzial für das, was Rüdiger andeutet, dass es da auch mal schärfer nach unten gehen kann? Ja, du hast einen wichtigen Aspekt angesprochen, die Liquiditätslage. Die war in den USA immer noch besser oder ist immer noch besser als in Europa oder in China. Dort wurde die Liquidität ja viel stärker ausgeweitet. Sie wurde zwar schon früher zurückgefahren, aber ich habe ausgerechnet, dass da immer noch 5 bis 10 Prozent Überschussliquidität vorhanden ist, während wir hier in Europa schon wieder fast auf dem alten Niveau sind, auf dem Standardniveau von 2019. Das heißt, wenn jetzt weiter die Liquidität zurückgefahren wird, dann kann es sein, dass die Wirtschaft, nämlich die US-Wirtschaft, die die Weltwirtschaft bisher noch in Balance hält, weil sie halt noch gut läuft, dass die eben dann doch auch irgendwann in die Knie geht. Und das würde dann eben den letzten Rest geben, auch den Aktienmärkten, nicht nur der Weltwirtschaft, sondern den Aktienmärkten. Also die Gefahr, dass da irgendwas kommt, die wächst zunehmend. Das bereitet mir auch schon Sorgen. Insofern hast du da schon den wunden Punkt angesprochen, der da vor uns liegt. Rüdiger, wie siehst du die US-Aktienmärkte? Wie siehst du vielleicht auch die Renditeentwicklung in den USA? Da haben wir ja eigentlich einen Ausbruch bei der 10-jährigen Backtest nochmal. Ich hatte das heute in einem Video gezeigt. Wir brechen also nach oben aus. Dann geht es wieder ein bisschen nach unten. Das Ausbruchsniveau wird verteidigt und es geht dann wieder nach oben. Und das Erstaunliche ist ja, kaum einer erwartet ja noch signifikant steigende Zinsen durch die Notenbanken, weder durch die FED noch durch die EZB. Und dennoch gehen die Renditen offenkundig weiter nach oben. Was ist da deine Erklärung? Welche Rückkoppelung siehst du für den Aktienmarkt? Wie sehen die US-Indizes charttechnisch aus aus deiner Sicht? Ja, also erstmal auf die Renditen. Das ist natürlich ganz spannend, weil in der Tat, die, sagen wir mal so, auch wenn die Zinsen noch ein bisschen vielleicht weiter steigen und ja möglicherweise doch noch länger oben gehalten werden, als man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle erhofft hat, die Kurse, ich bin ja eher ein Händler, dementsprechend die Kurse, nicht so sehr die Renditen. Die Kurse fallen weiterhin, entsprechend die Renditen sind weiterhin nach oben. Jetzt muss man dazu sagen, dass der FED-Zins der 3-Monats-T-Bill-Zins ist. Das heißt, es ist ein relativ kurzläufiger, während jetzt zum Beispiel das, was man sehr gerne da im Blick hat, den Bund-Future in Deutschland oder die Treasuries in Amerika, das sind normalerweise die Zehnjährigen, also es ist eine ganz andere Laufzeit. Aber tatsächlich, die Kurse sind in beiden Märkten immer noch fallend. Also man sieht nicht wirklich, dass da ein Boden gefunden ist und dementsprechend die Renditen scheinen da noch weiter nach oben zu streben. Was die Aktienmärkte angeht, ich hatte vor kurzem noch, naja, jetzt inzwischen ist es schon eine Weile her, hatte ich noch gesagt, Mensch, Dow Jones 38.000 halte ich für sehr realistisch. Gut, die werden früher oder später kommen, das ist eine Frage der Zeit. Aber im Moment bin ich überhaupt nicht auf dem Trichter auf die 38.000. Das hat sich ergeben, dass so die letzten Aufwärtsbewegungen, die wir im Chart hatten, auf einmal überschneidend sind. Und da sagt der Charttechniker, ja, das ist doch eine Korrektur, die wir da haben. Also korrektive Bewegung, die wir da haben. Und das ist nicht die richtige Richtung, also müsste es nochmal nach unten gehen. Und das hat auf einmal wieder Ziele eröffnet. Ich sage mal so 32.000, 31.000 Notfalls auch noch tiefer. Das kann durchaus noch deutlich tiefer gehen als das. Aber das wäre mal so eine Größenordnung. Im Prinzip ist das vom Gedanken, das Pendant, was wir beim DAX mal überlegt hatten mit der 15.400, die er jetzt dann erreicht hat. Also das Bild ist ähnlich. Das Schöne an der Charttechnik ist, es ist nicht zwingend. Das Praktische ist aber, wir müssen und können damit rechnen, dass das passiert. Und dementsprechend sollte man seine Investitionsüberlegung oder sein Trading eben daran ausrichten, dass das mehr als möglich ist. Es ist recht wahrscheinlich, nicht zwingend, aber sehr wahrscheinlich, dass das tatsächlich noch passiert. Jetzt haben wir nur über den Dow gesprochen. Das ist beim S&P und beim Nasdaq ein bisschen anders vom Chartverlauf. Denn die beiden haben sich ja ein bisschen losgelöst. Wir wissen alle, der Tech-Markt, der hat die Börse eigentlich nach oben gezogen. Aber auch hier wäre eine Pause eigentlich absolut in Ordnung. Und ich sage mal, das Positiv-Szenario wäre, wir fallen jetzt halt nochmal so ein bisschen erstmal bis, ja eigentlich September ist ein doofer Monat in Amerika, ist sogar der Oktober noch mit hoher Volatilität häufig eben mit Druck nach unten nochmal ausgestattet und kriegen dann vielleicht ein bisschen späte Jahresendrallye gut, dann vielleicht so ein Black Friday dann. Das wäre ja aber auch erst nochmal eine ganze Weile hin, die wir mit schwitzigen Händen wahrscheinlich zumindest mal für die Bullen dann erleben werden. Ja, die Bullen haben schwitzige Hände, weil die Renditen steigen, der Dollar steigt. Das sind eigentlich alles Dinge, die nicht gut sind für die Märkte. Und das wird unterfüttert eben durch diese hawkische Haltung der Fed, die nicht nur Liquidität reduzieren will, sondern eben auch die Zinsen lange oben halten will. 5,1 Prozent soll den Dotplatz. Ob das so kommt, ob sie nicht nächstes Jahr einknickt, steht auf dem anderen Blatt. Aber vielleicht müssen die Märkte vorher erst Panik schieben, bevor die Fed wieder Panik schiebt. Das könnte dann sein. Und wir sehen auf der anderen Seite eine sich abschwächende Wirtschaft, die schwächer wird. Und das ist so ein Setup, das wir, ich habe es heute in einem Video versucht zu thematisieren, 1987 hatten, damals eine sich abschwächende Wirtschaft. Gestiegene Zinsen, gestiegene Renditen, aber auch die Aktienmärkte waren deutlich gestiegen. Wir sehen beim Nasdaq etwa, dass seit März eine Riesenlücke klafft zwischen den Renditen, die steigen, also Geld wird teurer. Und auf der anderen Seite hat sich der Nasdaq von diesen Renditen entkoppelt und muss wahrscheinlich diese Lücke irgendwann wieder zumachen. Deswegen vielleicht diese Weihnachtsrallye könnte schwierig werden. Vielleicht muss da vorher noch richtig Schmerz kommen. Siehst du das auch so, Jörg, dass wir da vor einem durchaus sehr riskanten Manöver stehen, was die Märkte betrifft und auch einem riskanten Manöver, was die Fed betrifft, in dem Paul im Prinzip wieder gesagt hat, Autopilot, wir werden reduzieren, die Bilanz komme, was wolle, selbst wenn wir die Zinsen senken. Bist du sozusagen schon investiert? Wartest du auf Einstiege, wo du sagst, ja, da kommt einiges nach unten und dann kann ich wieder günstig rein? Wie ist da deine Haltung? Ja, eher letzteres. Also ich bin eher deutlich unterinvestiert. Für mich ist das kein Zeitpunkt, wo ich wirklich volles Risiko gehen muss, sondern eher abwarten kann und abwarten werde, bis die Märkte nochmal ein Fenster eröffnen, wo ich relativ sicher bin, dass das kommt. Und vielleicht nochmal zurück zu diesem Szenario mit den Zinsen. Ich glaube, dass da der Paul schon recht hat, dass die Zinsen länger hoch bleiben müssen. Denn woran liegt es? Die Inflation hängt halt doch auch stark von der Lohnentwicklung ab. Und wenn wir überlegen, dass es da gerade um 40 Prozent Lohnsteigerung bei den Automobilherstellern geht über die nächsten Jahre, das ist ja dann auch nicht auf einen Schlag, sondern das wird dann über die nächsten Jahre verteilt, dann wissen wir, dass eigentlich der Lohndruck eben noch viel zu hoch ist und dass die FED da eben doch längerfristig gegen angehen muss. Wir haben noch viel zu hohe Lohnsteigerungen und auch im nächsten und übernächsten Jahr noch zu hohe Lohnsteigerungen. Und das ist das große Problem, was vielleicht der Markt derzeit noch unterschätzt, weil viele eben dann doch davon ausgehen, die Wirtschaft geht runter, dann wird die FED auch die Zinsen relativ schnell und deutlich senken. Und das könnte eben dann doch eben die Märkte auf dem falschen Fuß erwischen, denn da besteht nicht so viel Spielraum, wie erhofft. Höchstens mal kurz, temporär, dass die Inflationsraten runtergehen, weil die Rezession da ist. Aber wie gesagt, mit steigenden Löhnen erholt sich die Inflation dann wieder relativ schnell. Und das werden die Notenbänker auch sehen, ähnlich wie in Europa, wo auch dieser Lohndruck immer noch zu hoch ist. Und das ist das große Problem, was vor uns liegt. Insofern bleibe ich vorsichtig, warte ab. Hohe Liquidität derzeit. Liquidität wird auch vernünftig verzinst. Es ist also attraktiv und eher Geldtropenheiten. Rüdiger, jetzt hast du gesagt, ja, da kann durchaus was nach unten kommen. Wann würdest du sagen, das Szenario, dass es jetzt abwärts geht oder dass wir deutlich tiefere Kurse sehen werden, ist jetzt praktisch bestätigt, confirmed, wo man sagt, ja, also jetzt ist klar, du hast vorhin schon gesagt, ja, du hattest 38.000 Mal noch auf dem Zeiger im Daumen. Da bist du aber von runter, weil du gesagt hast, hier Überschneidungen, das sieht nicht so mehr aus. Wann würdest du mit aller Überzeugung, die dir eigen ist, sagen, okay, jetzt ist klar, das Szenario nach oben mit neuen Höchstkursen, neuen Allzeithochs vielleicht sogar, das wäre jetzt vom Tisch. Also aus meiner Sicht ist es vom Tisch. Die Wahrscheinlichkeit für jetzt kurzfristig neue Höchstkurse hat keine sehr hohe Wahrscheinlichkeit und, das muss man dazu sagen, aus charttechnischer Sicht nehmen wir mal, er würde jetzt tatsächlich doch noch mal in Kürze ein neues Höchstkursniveau dann ansteuern. Das würde eigentlich ein noch größeres, bärisches Szenario nachfolgen lassen. Also dann würde ich nicht über 31.000 oder sowas reden, sondern dann reden wir über 28, 27, keine Ahnung, da müsste man dann noch mal genau gucken, je nachdem wie hoch das Ganze gelaufen ist. Aber dann reden wir von deutlich niedrigeren Kursen mit Chancen auch noch deutlich mehr, als ich gerade angedeutet habe. Also insofern wäre es eigentlich ganz lieb, sogar wenn er jetzt erstmal die Abwärtsseite fährt, dann haben wir zumindest die Chance auf eine Jahresendrelay. Ich sehe das ganz ähnlich wie du, da sind noch längst nicht entschieden, ob wir dieses Jahr eine präsentiert bekommen, aber die Chance ist jetzt noch da. Sie wäre zumindest mal aus charttechnischer Sicht ein normales Verlaufsmuster, wobei dann eben, auf dem Dow gesprochen, dann auch in etwa bei 31.000 irgendwas dann auch ein Boden gefunden werden muss und die Leute den Strohhalm dann eben entsprechend dann auch greifen müssen. Also insofern, für mich ist das beim Dow definitiv im Moment ein bärisches Bild. Beim DAX fehlt eigentlich noch so der letzte Bruch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da, also es gibt jetzt beim DAX für mich zwei Szenarien. Entweder man versucht, sich so lange zur Seite zu schieben, bis die Dowianer dann irgendwann wieder in den Kaufmodus kommen in der Jahresendrallye und die DAXianer sagen, naja, so lange haben wir es ja auf der Stelle tretend ausgehalten. Aber machen wir uns nichts vor, wenn Amerika die ganze Zeit nach unten geht. Der DAX ist zwar nicht 1 zu 1 Amerika, aber wenn die dauernd runtergehen, dann wird auch der DAX früher oder später dann einknicken. Also insofern glaube ich, dass für beide Märkte, also oder für beide Bereiche, die jetzt Regionen, eigentlich vorläufig bullisch das, also nicht mehr das Ding ist, sondern bärisch angesagt ist. Da bin ich mir relativ sicher aus der aktuellen Sicht. Warum, wenn ich Rüdiger davon nachfragen darf, warum wäre das besonders negativ, wenn wir jetzt nochmal sogar deutlich nach oben gehen und vielleicht sogar in Richtung Allzeithoch oder so? Ja, das Spannende ist, ich hatte es eben angedeutet, wir haben im Moment so eine Korrektivbewegung hinten raus. Diese Korrektivbewegung hat so halbwegs das Verhaltensmuster einer normalen, ich sage mal ABC-Korrektur. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt ohne den Chart, aber da würde man sagen, naja, das geht noch. Und wenn wir das haben, dann wäre jetzt ein Rücksetzer, das wäre dann insgesamt eine klassische Flat-Korrektur. Das klingt alles sehr eigenartig, ja technisch, wie es eben auch ist, aber das sind so typische Verhaltensmuster Verhaltensmuster und Flat-Korrekturen haben eine, also die Hälfte aller Korrekturen sind Flat-Korrekturen. Insofern wäre das gar nicht so außergewöhnlich, dass das in irgendeiner Form passiert. Nehmen wir mal, der geht jetzt höher. Dann wäre so dieser interne Verlauf eigentlich eher so was, was man hinten als ein Ending bezeichnet. Und dann wäre der gesamte Anstieg, den wir seit letztem Jahr, wir hatten ja ungefähr im September in Deutschland, in Oktober dann in Amerika, einen Anstieg gehabt seit Oktober 2022. Dann wäre das insgesamt ein A, B, C nach oben. Das heißt, wir müssten dann auf dieses Tief nochmal oder sogar nochmal tiefer, weil es dann eben von den internen Verlaufsmustern eben das Typischste wäre, dass es so passiert. Also es ist ein bisschen eigenartig. Ich werde sehr, sehr gerne in einem unserer Videos nochmal drauf aufmerksam machen, am Chart, wie das Ganze aussieht. Dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen, aber es eröffnet dann eine übergeordnete Dimension und nicht dieses noch untergeordnete Bild, obwohl die Bewegungen ja trotzdem ganz schön groß sind. Ja, wunderbar. Danke, Rüdiger, für die Erklärung. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist spannend. Es ist volatil. Es ist, denke ich, auch politisch wird es jetzt ziemlich aufgeladen. Government Shutdown, Wahlkampf in den USA. Ja, das sind natürlich Faktoren, die da richtig hier nochmal Zunder reinbringen, dazu die Aussagen der FED. Also das könnte eine sehr spannende Phase werden. Ich danke Jörg. Ich danke Rüdiger. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke, wir machen da ein wiederkehrendes Format draus, denn mit solchen Korriphäen spricht man nicht allzu oft. Da freue ich mich sehr drüber. Ich wünsche allen das Allerbeste. Ich sage Servus und Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.